Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich lege mich mal ganz kurz schwebend ins Bett, bevor ich mich mal ganz gehörig auskotze. Also, wir spielen, wenn wir mal in die Option schauen, spielen wir jetzt wieder auf Hard. Texture Pack ist alles drin, alles kein Problem. Aber es gibt jetzt einen Update zu der Monsterfalle. Es gibt keine mehr. Ich hatte jetzt eben abgebaut soweit, die Grinder sind weg, muss das hier nur noch wegsortieren. So, nachdem ich dann heute wieder was aufnehmen wollte, alles kein Problem. Und holy moly. Ich wollte was aufnehmen, alles kein Problem. Was passiert? Es ist schon wieder abgestürzt einfach. So, hat mir jetzt gereicht, habe sie schon zu voll. Ich habe jetzt einfach mal hier das weggenommen, also die Monsterfalle. Es ist schon wieder wegen dem gleichen Fehler passiert. Und ich hatte langsam echt keinen Bock mehr drauf. Ich meine, das ist verständlich. Von der Monsterfalle können wir auch relativ gut verzichten. Wir haben jetzt genug Enderperlen bis zum Ende von drei Let's Plays. Bauchte ich jetzt mal arschkalt. Kriege wahrscheinlich dann demnächst wieder richtig schön auf die Fresse. Deswegen, weil ich es gesagt habe, so lauthals. Aber naja. Ich hoffe, ihr könnt das euch jetzt auch alles verstehen, weil ihr wollt ja auch ein anständiges Let's Play haben, was auch funktioniert. Und übt mir auch ganz ehrlich. Wenn der Monsterfalle meint, dass das Spiel dann damit abschmiert, dann sage ich einfach nein. Einfach nein. So, ihr hattet mir auf jeden Fall hierzu noch etwas geschrieben. Und zwar meintet ihr... Ja, du, Deutschland ist ja alles wunderbar hier, dass ihr das jetzt so aufgebaut hast. Aber naja. Ein zweiter Quinder würde es schon eher bringen. Und ihr habt ja recht. Ist ja gut, wir machen uns ein zweiter. So, jetzt würde ich hoffen, dass... reiß ich dann jetzt mal hier wieder ab. Haben wir ein paar Sachen vorratig gebrauchtet. Wer weiß, wer uns da brauchen kann. Und wir machen uns jetzt noch einen Grinder. Das war ja so, okay. Wir haben dafür die... Faselast. Ach stimmt, das verbindet sich ja nicht mehr. Aber wir haben ja auch schon was vorbereitet, zum Glück. Ich bin ja vorbereitet, so wie immer. Ja, ich weiß, kann mich mal wieder ernst nehmen. Zwei davon. Oh, das kommt auch schon. Okay, dann machen wir dann hier die Basspanels. Die Song. Und dann das. Und in der Mitte... Die... Das Spiel hier. Okay, nächster Quinder steht. Den drehen wir jetzt noch zurecht. Der sollte jetzt eigentlich die Energie bekommen. Ich schmeiß mal den mal da drauf an, da rein. Okay, was habe ich falsch gemacht? Ach, die sind ja noch alle so getrimmt. Ja... Habe ich gerade gewundert, wir hatten jetzt kaputt. Aber na gut, zum Glück haben wir ihn relativ schnell gefunden. Dann machen wir jetzt mal ganz andere recht. Und dann sollte der sich jetzt einfach den richtig drehen. Auch... Jawoll, der bewegt sich. Ich stoppe mal den Flanatoran rein. Der arbeitet. Ach, der hat sich wieder verdreht. Hab mir, ja, ich musste eben wieder die Version ein bisschen wechseln. Haben wir hier noch Item-Docken? Natürlich nicht. Ich bin ja auch vorbereitet. Gut, wie gut, ist aber kein Problem. Ich fände das aber trotzdem jetzt einfach nur noch ein bisschen, sorry, arschsaugend. Ich muss das Portal hier noch wieder richtig hinsetzen. So, da war nichts drin. So, ich mache das mal ganz kurz da drüben. Packe ich jetzt mal hier die Item-Docks hin. Ich hoffe, das reicht. Gut, dann bewegen wir uns nochmal kurz da hin und schließen das an. Dann sollte alles gleich schon geregelt sein. So, ich habe jetzt auch gesehen, dass der Ponyer jetzt vielleicht auch jetzt offiziell bei euch vorbei ist. Ich hoffe, das hat euch ziemlich gut gefallen. Wollte mich mal freuen, wenn ihr da so ein kleines Feedback geben könntet. Und wie ich das hier kommentiert habe und so weiter. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich war echt zu schnell. Also, ich kann ja noch groß wie das alles. Gebe ich offen zu. Na? Gut, dann machen wir das jetzt hier so. Ja. Das ist jetzt... Danke, Spiel. Danke. Ja. Das kommt davon, wenn man nicht vorher mal nachguckt. Aber gut, da bin ich mir irgendwie selbst verbockt. Aber okay. Also, noch ein Item. Ich möchte es euch eigentlich einmal so machen, dass hier die ganzen Ärzte automatisch da rüberkommen. Aber naja, das schaffen wir schon irgendwie. Okay, Servo war da schon drinnen. Jetzt haben wir ja quasi momentan jetzt doppelte Ärzteverarbeitung. Ey, da hast du Kult drin. Wieso nicht, da könnte ich noch dazu. Oder was hast du da noch drin? Hm. So ist nichts. Okay. Auf jeden Fall. Ähm. Ich kotze mal wieder, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen hier rumgewerkelt. Und ich habe jetzt nochmal gerade bewusst das Jetpack ausgelassen. Ich bin da gerade nochmal so ein bisschen mit dem Street-Digam diskutieren. Und die Musik kommt mir wieder so laut vor. Aber ich... Ich mache mir bei mir wieder ein bisschen leiser. Ich glaube, das sollte für euch schon so gut genug sein. Ich schließe mal ein, zwei Punkt Klemmchen. Gut. Auf jeden Fall habe ich mich mal gerade ein bisschen mit dem Street unterhalten. Und da mache ich mal gerade ganz schnell den hier. Und den hier. Dann sehe ich auch, wenn er geschrieben hat. So. Ich habe da nämlich jetzt auch so ein Gefühl, dass er vielleicht an dem Jetpack liegen könnte. Ich habe dann mal gerade den Crash Report durchlesen. Und auch was von Simply Jetpacks gelesen. Und ich lasse das jetzt erstmal so. Ich will da eigentlich nochmal eine zweite Meinung vom Street-Digam hören. Gut. Dann laufen wir erstmal so ein bisschen nackig rum. Also Speed solltest ihr hier gerade die Folge sehen. Ich habe dir gerade eben den Link geschickt. Und dann nochmal kurz reingeschaut. Und dann denke ich noch. Moment. Da steht was von Simply Jetpacks. Da warte ich jetzt lieber nochmal ab. Vielleicht weiß ich jetzt noch was mehr. Also ich sehe es nicht so, dass ich schon von mehreren Leuten die gefragt habe. Und die jetzt die kostbare Zeit geschohlen habe. Nur mal so ganz kurz nebenbei. So, ich hau jetzt mal ganz schnell die RZ hier rein. Die habe ich dann mal ein bisschen mal angesammelt. Ja, das nehme ich mal wieder ein bisschen was mit. Da ist dann nicht so alles auf einmal, was ich mitnehmen muss. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie lange das schon gegangen ist. Ich hasse diese Chaosaufnahmen. Und ich will das auch wirklich weitermachen einfach. Auf jeden Fall, was ich heute vorhatte, ich werde ganz bescheuert, der Papa hat da wieder vorbereitet. Und zwar haben wir ja, nein, okay, da auf, da helfen wir uns jetzt wieder umsortieren, nochmal auf Items. Haben wir ja hier immer noch einen Pink Slime Bucket. Und diesen Pink Slime Bucket wollen wir dann heute mal hinsetzen, diesen Pink Slime Bucket. Dann spawnen wir einen Pink Slime. Und diesen Pink Slime, den wollen wir dann mal etwas züchtern. Und ja, ich muss zu, du solltest, reden. Oh Gott, ich muss mich gerade echt voll da schon direkt in die Selbstliefer züchtern. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall. Um den zu züchten, wenn wir diesen Pink Slime Bucket jetzt hinsetzen würden, kommt da ein kleiner Furz raus. Naja, die Chance auf einen Pink Slime. Oh nein, nein, sorry. Die Chance auf einen Pink Slime Ball. Ist auch relativ niedrig. Und deswegen wollte ich die Chance noch ein bisschen erhöhen, indem wir ihn etwas größer machen. Mit einer Slime Embiggining-Cewish. Dafür brauchen wir eine Spritze, Lapis Lazuli und Slime Ball oder Korgelett Blatt oder Pink Slime Ball oder Kortenblatt oder Gelatine Slime. Slime haben wir hier noch ein bisschen Wörter. Das packe ich mal kurz hier zu. Dann schaue ich mal. Haben wir genug für die Spritze? Natürlich nicht. Was haben wir denn jetzt an Robber? Ich mache jetzt mal gerade so viele Robber wie möglich. Ich will das nämlich jetzt mal schnell machen, weil wir noch ein Produktives geschafft haben in der Folge. Weil ihr kennt die alten Unterweiterin bei mir Produktivität jetzt zu wünschen übrig. Dann schaue ich mal schnell bei den Bienen vorbei. Wir wollten ja auf die Diabine, glaube ich, gehen. Jetzt brauchen wir eine Imperial für die Resiland. Imperial Queen. Jetzt machen wir einfach mal gerade den, lassen wir die nochmal hier zu Ende laufen. Doof. Doof. So, hoffen wir mal, dass der Robber schon dann fertig ist. Schon dann fertig. Die, ne? Aber momentan kann da aber noch nichts. Äh, ja, damit. So, jetzt haben wir die. Oh, hier habe ich auch noch den ganzen Pullover, wo du weißt, ob die die an. Da tue ich mal jetzt den E. Da würde ich das fein sicher, dass ich da mal noch Vorrat habe. So, was wollen wir aus den Pink Slime Balls machen? Wenn wir, ähm... Hä? Haben wir hier keine Slime Balls? Die sind unifiziert mit dem Slime Ball, mit Bob of Blue, Slime Ball, Gelatine Slime, wieder Slime Ball. Und den Pink Slime Ball, der, sehen wir, der Pink Slime Ball hat etwas was er kraften kann, was die anderen nicht können. Und zwar, die sogenannten Laser Drill Precharger. Und auf die haben wir jetzt abgesehen. Dafür brauchen wir Hard Glass, Plastic Cheats, Wetzlar und Conductance Coil, Bier und Glowstone Illuminatoren. Die brauchen wir auch nochmal für den Laser Drill. Und darauf haben wir jetzt abgesehen. Wer nicht fest hat, ein Laser Drill ist, mit dem Laser Drill können wir quasi aus dem Bedrock herzuholen. Jetzt hat er gerade geschrieben. Ich habe es gerade einfach... immer das erstbeste genommen. Uno Momento. Geht bei mir jetzt sofort weiter. Entschuldigt mal ganz kurz die Unterbrechung. Das ist aber gerade etwas wichtig. Wo laden wir gerade das hoch? Ah, machen wir da drüben. Weißt du, weiter mache ich jetzt gerade ganz anders. Kommt, ich mache doch einfach mal gerade anders. Jetzt hat es mal gerade live dabei, wie ich den Speedwatch mache. Ne, natürlich kacke. Beischauen. und dann Das geht hinein wieder drei vier fünf drei vier víz Das noch schnell abspeichern. Speed 2. So, ich bin jetzt fast fertig, sorry Leute. Aber wie gesagt, das ist mir gerade wichtig, dass das geklärt wird. So, jetzt noch die Bilder. Wo haben wir sie? So, ich bin fast fertig. Oh, ich merke schon, das geben heute zwei wundervolle Folgen. Ich glaube, das werde ich erstmal gut machen müssen, diese Aufnahme. Na, der zweite wurde nicht hochgeladen. Und das ist jetzt auch oben. Machen wir das einfach so. Gut, dann geht es jetzt weiter. Sorry, sorry, sorry. Ich bitte echt vielmals um Entschuldigung. Okay, wir wollten die Spritze machen. Dann machen wir schon mal zwei Spritzen. Dann machen wir eins und zwei. Das sollte schon mal reichen für den Anfang. Und dann zeige ich euch ganz einfach, wie man jetzt einen Pink Slime macht. Einfach hier ein Loch. Da setzen wir den Pink Slime Packet ein. Und dann noch einen Moment fressen. Ein Fleisch sparen währenddessen. Der sehnt sich dann da auch noch ein Fleisch sparen, kriegt Hunger. Manifestiert sich langsam. Ja, kann sich nur noch ein paar Sekunden handeln. So, jetzt haben wir wieder einen Pink Slime. Den füttern wir erstmal. Hoppa. Na? Und nochmal. Und jetzt ist er wütend. Und ihr seid jetzt auf die Fraser hauen. Aber richtig. Bäm, 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 bapapapapau. Yay! Party 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 Hard! Und wir haben von der Aktion 920 Pink Slime Balls. Ich muss sagen, das hat sich doch relativ gelohnt. Jetzt holen wir doch den Graspop wieder rein. So, damit das jetzt aber noch ein bisschen was heute gibt, hier. Ein bisschen Produktivität. Machen wir jetzt schon mal den Laser Drill soweit was fertig. Wir brauchen für den Laser Drill brauchen wir die Glows und Illuminatoren. Dafür brauchen wir Illuminator Frames. Die gemacht werden aus Silver Nuggets. Mache ich mal 36, das sollte dann reichen. 1, 2, 3, 3. Dann, das ist dann für den Laser Drill brauchen wir noch für den Pre-Charger brauchen wir einen. Machen wir erst mal einen Pre- oder machen wir zwei solch reichen, gut dann machen wir Redstone Reception Call, zwei Stück und dann sollten wir auch schon soweit fast alles haben. Die müssen wir nur aufhören mit Energize Glowstone. So, da muss ich mal schauen wie das Verhältnis da war. Ein Glowstone waren 250. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt würde ich mal kurz schauen. Minus 470. Bis hier. 207. Ich hab da nämlich gerade sowas gehört von dem Street. So, das habe ich mir jetzt hier mal kurz markiert. Anscheinend ist da das Skelett, was man nicht spawnen kann. Da greife ich mich nachher einfach mal auf Höhe 14 runter. Schau das Ganze mal nach, weil dann stimmt da ja echt überhaupt nicht. Wenn wir Lücke haben, können wir die Monsterfalle doch noch aufbauen. So, die Glowstone-Illuminatoren sind fertig. Und der Laser-Duell steht. Jetzt machen wir noch schnell den V-Charger fertig. Was fehlt da jetzt noch? Acht Kontakte ist toll. Eins, zwei. Jetzt fehlt Redstone. Das ist aber alles. Kein Problem. Welche Storn haben wir ja noch? Eins, zwei. So, machen wir jetzt noch den fertig. Machen wir zwei fertig. Und wir haben damit einen Laser-Duell. Was der Laser-Duell kann und wo wir ihn aufbauen werden, ich glaube, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ein bisschen später muss er doch noch da bleiben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in den Kommentaren. Trotzdem, trotz dieser kleinen Chaos-Folge. hoffentlich das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal auch. Geht auch gleich mal beim Street-Digger vorbei. Ich möchte mich einfach auf jeden Fall bedanken. Schaut bei ihm vorbei. Gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Vielen Dank über den Street. Ich würde sagen, bis in der nächsten Folge. Tschüss.